Okay? Soll ich das alles sehen, was du gerade gesagt hast, dass es da ist? Das, was eben läuft, ist super, ja. Das ist so ein schönes... Ja, das ist so ein schönes... Nightmare Fire von Josef Feliziano war das, glaube ich. War so ein Blindergitarist, der war sehr schön... Blindergitarist, der hat sehr schöne Lieder gemacht. Wir können jetzt nicht mehr aufgreifen, wir können auch viel höher werden. Darum, Baby, light my fire. Darum, Baby, light my fire. Try to step down, try to step down, try to step down. Fire... Yeah, yeah, yeah. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020